Hi, ich bin der Jonas und ich studiere an der SMT. Ich studiere Wirtschaftsinformatik im Master und bin bei der Dr. Glintz Kubis GmbH in Düsseldorf angestellt. Ja, für mich ist das Besondere an dem Studium, dass man Vorlesungen im Blockunterricht hat. Das bedeutet, dass man eigentlich die meiste Zeit im Unternehmen quasi ganz normal im Projekt geschehen arbeitet und dann vor Ort entweder in Stuttgart oder in Berlin Vorlesungen hat. Und das Tolle dabei finde ich auch, dass eben dadurch auch die Personen oder die Mitstudierenden aus ganz Deutschland kommen und auch aus ganz verschiedenen Unternehmen. Das heißt, man hat einen tollen Mix von Startup bis hin zum Großkonzern und kann dann entsprechend auch im Unterricht die Themen quasi auf die entsprechenden Gebiete immer anwenden. Und dazu kommt, was noch ein tolles Highlight ist, dass auch Auslandsaufenthalte geplant sind. Es wird zwei Vorlesungen geben, einmal in den USA und einmal in Japan. Und das ist natürlich ein besonderes Highlight, wo wir uns alle sehr drauf freuen. Ich bin bei der Covis als IT-Consultant angestellt und arbeite dort als Salesforce-Consultant in einem größeren Kundenprojekt. Und dementsprechend können sich die Aufgaben auch sehr abwechslungsreich gestalten. Die Aufgaben werden morgens in einem Daily verteilt. Ein Daily ist Teil der agilen Softwareentwicklung, die wir in dem Projekt durchführen. Und dementsprechend gibt es morgens erstmal das Daily. Damit wird gestartet, dann wird über den Tag über an Lösungen für den Kunden gearbeitet. Und am Nachmittag, um den Kopf frei zu kriegen, wird auch gerne mal eine Runde gekickert. Oder einmal die Woche haben wir zum Beispiel auch einen Coffee-Break, wo der Austausch zwischen den Kollegen ein bisschen gefördert werden soll. Besonders die Kollegen an einem griechischen Standort in Athen sind dort auch immer ganz gut vertreten und da wird dann auch gerne mal ein bisschen unabhängig von der Arbeit über andere Themen gesprochen. Ja, also ich habe vorher auch schon Arbeitserfahrungen in größeren Unternehmen und sogar Konzernen gesammelt. Und für mich ist das ganz Besondere an der Covus, dass es die richtige Balance zwischen quasi Startup-Kultur, kleineren Softwareunternehmen mit kurzen Prozessen und eben auch etablierten Unternehmen am Markt gefunden hat. Denn das Unternehmen besteht schon seit 30 Jahren. Und entsprechend gibt es auch schon Leute, die tatsächlich seit Gründung mit an Bord sind und seit 30 Jahren im Unternehmen sind. Aber gleichzeitig sind eben immer auch von außen neue Leute dazugekommen, die eben auch neue Aspekte mit anbringen. Und dementsprechend ist das für mich einfach ein ganz besonderer Mix, der so nicht so oft zu finden ist. Ja, das PKS ist eigentlich für jeden geeignet, der sich eben auf einem anspruchsvollen Niveau mit dem Thema Wirtschaftsinformatik auseinandersetzen möchte. Das Besondere ist eigentlich, dass es dabei auch die Möglichkeit gibt, eben einen Querscheinstieg zu machen. Das bedeutet, wir haben im Kurs sowohl auch Leute mit einer IT-Vorbildung, aber auch Leute, die quasi vorher BWL studiert haben oder wie ich zum Beispiel Wirtschaftsingenieurwesen. Und es ist auch für jeden geeignet, der eben entweder in kleineren Unternehmen oder einem namenhaften Konzern sich Praxiserfahrungen aneignen möchte und dementsprechend dann eben auch seinen Karriereweg gehen möchte.